Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, Azevog Damen 1950er Elegant Party Abendkleid Empire A-Linie Knie lang rund Hals gefaltet Das Tollkleid ist sehr ordentlich und sauber vernäht. Auch die Qualität und Verarbeitung ist sehr gut. Das Material besteht aus 95% Line, 5% Elastan, A-Linie. Hinten hat das Kleid einen Reißverschluss. Das Kleid hat die Farbe wie auf den Bildern. Es lässt sich sehr angenehm auf der Haut tragen. Auch sieht es wunderschön und elegant aus. Mir gefällt auch, dass es so schön figurbetont ist. Die Länge ist auch perrekt. Ich bin super zufrieden mit diesem tollen schwarzen Kleid. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.